Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. So, wir sind auf dem Weg zur Polis und wir sind mal wieder an der Oberfläche. Was haben wir hier drüben? Eine neue Gasmaske. Okay, nehmen wir sie mal mit. Wir konnten noch nie eine neue mitnehmen. Den Filter nehmen wir auch noch mit. Dann ein wenig Munition. Sehr gut. Okay, die hier oben rennen. Hier drüben entlang. Und ich denke mal, hier müssen wir hin. Einer hier. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arzt. Klabel, Klabel. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Okay, wo gehen wir hin? Ah, hier drüben. Wir können hier nach oben gehen. Dann gehen wir hier mal nach oben und schauen mal, wie die Lage aussieht. Aber wo rennen die hin? Einen sehe ich hier. Ah, hier unten. Ah, okay. Die ziehen weiter zu der Station. Moment mal, da sind ja die ganzen Bewohner. Ach, was interessieren mich die Bewohner? Ich bin ja kein Robin Hood, sondern wir wollen überleben. Und deswegen holen wir erst mal den hier weg. Komm schon. Und... Nein, 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 nein. Wow. Sehr gut. Schön hier oben bleiben. Denn ich will ja meinen Bolzen wiederhaben. Finger weg von der Glocke. Das nehmen wir mit. Und sonst hier oben... Gut. Also. Dankeschön. Munition hätten wir. Und wir können hier hinten entlang... Ah, da kommen wir hier hin. Erstmal neuer Filter und... Damit wären wir hier oben. Oh Gott, wo muss ich denn hier entlang? Ah ja, wir müssen... Irgendwo hier hin. Na gut, wir suchen uns einen anderen Weg. Denn die einen hatten ja hier eine Leiter. Können wir hier runterspringen? Oder... Bringe ich mich hier um? Ne, geht. Yes, Munition! Okay, wir gehen hier hin. Das hier sieht doch schon viel besser aus. Mitten im Schneesturm. Einer... Zwei hier drüben. Na gut, versuchen wir es. Komm schon! Oh! Hat das jemand mitbekommen? Nein! Gut! Denn da drüben war der Alarm. Aber wir waren schneller. Nette Pose. Der wird gegrillt. Mag jemand was? Hier drüben... Riecht wie Schinken. Na gut, die Sachen hier, die hätten wir. Und sonst hier so? Ja, ja. Warme Nüsse. Der Mann hat's gut. Und wir dürfen ja raus in die Kälte. Aber wer will schon einen gegrillten Sack? No! No! Dämon! Geh weg, geh weg, geh weg! Ich bin hier undercover! Alles klar, einer weniger. Der Dämon ist auf meiner Seite. Okay. Einer hier drin. Na, ob wir den kriegen? Ich versuch's. Alles klar. Aber da ist noch jemand drin. Und damit wären wir wohl enttarnt. Ich hab keine Ahnung wo, aber ich hör einen. Oh, komm, nehmen wir mal den Revolver. Da. Hallo? Na, wo rennen die denn rum? Wir haben hier einen Insel in die Offen. Da drin ist niemand. Der muss entweder hier sein, oder da hinten irgendwo. Na, komm, wir müssen rein. Machen wir hier mal Dunkelheit. Und... Nein, 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 nein. Da sind zwei. Und einer hier. Okay, der Alarm ist auch noch aktiviert. Jetzt ist eh alles zu spät. Hol die AK raus. Wir räumen auf. Es wäre so nett gewesen, aber... Das Schicksal wollte es anders. Und so bekomme ich mehr Munition. Okay, wir brauchen hier mal ganz schnell wieder so eine Filter-Einheit. Einen höre ich hier drüben. Alles klar. Wo zur Hölle rennt der Nächste rum? Das waren doch nicht alle. Ein bisschen wenig. Keine Kugeln. Wir können hier hin. Aber erstmal gehen wir hier hin. Ich höre jemanden. Oder sagen wir besser mal, ich höre einen Mutanten. Oh, wow. Oh, shit, hier oben. Ein Dämon. Okay, wir nehmen hier die Munition mit. Und den Bolzen hier drüben. Wie ist denn der hier hergekommen? Ich habe keine Ahnung. Na, was haben wir hier? Noch ein paar Bolzen. Wie komme ich denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Da muss es einen Weg geben, wie ich an die hier rankommen kann. Es wäre schon ganz nett, die zu haben. Egal. Egal, ich kriege Panik. Komme ich hier hin? Aber wir sollen hier hin. Also gehen wir wieder zurück. Aha. Eine Markierung. Irgendjemand war mal wieder so nett. Und hat hier schön den Weg für mich markiert. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da drüben an den Bolzen rankomme. Das ist irgendwie ein bisschen mysteriös. Es muss also einen Weg von unten geben. Ach, hier kommen wir nach unten. Nein. Hier kommen wir nach oben. Nach oben zu dem Dämon. Toll. Finde ich gut. No, 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 no. Nimm meine Kugeln. Dann nehme ich da eine. Und dann sind wir quitt. Wo ist der andere hin? Ich höre einen. Der kommt näher. Und? Na? Wer ist der Idiot? Aha. Der nächste Mann hier unten. Okay, hier kommen wir runter. Mann, sind hier viele. Ich muss sagen, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass hier so viele sind. Na, wollen wir hier unten hin? Ich gehe mal weiter nach oben. Oh nein, der Dämon. Ignorieren. Da verflucht, hier war ich doch schon. Einmal. Jetzt stehe ich hier mittendrin. Oh, wow, 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 wow. Zwei. Das sind zwei. Da war eben noch einer. Nein. Oh, was für eine Todesfalle. Ah, verflucht. Na, egal. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Das ist auch nicht so schlimm. Nehmen wir hier nochmal die Kugeln mit. Und diesmal gehe ich hier unten hin. Ja, es war ein Sprung. Oh, hier unten sind verdammt viele. Es wird eine sehr unangenehme Schießerei hier unten. Okay, der Nächster. Den hätten wir. Einen noch da hinten. Das Duell gewinnen wir. Der hatte keinen Kevlar eben gerade. Einen höre ich noch. Einen höre ich noch. Irgendwo da hinten. Was haben wir hier so? Verflucht sind die gut. Verflucht bin ich schlecht. Komm schon. Ach, komm. Wirklich. Langsam ist gut. Jetzt sammle ich hier meine Munition. Und dann ziehen wir weiter. Aha. Nein, ich habe irgendwas aktiviert, oder? Das war so ein merkwürdiger Sound. Egal. Jetzt habe ich hier die Bolzen. Und ich habe jede Menge Kugeln. Da waren wir schon. Dann können wir noch hier hin. Einen hier drüben können wir mitnehmen. Filter-Einheiten. Filter-Einheiten. Das wäre eine super Sache. Warte, warte. So viel Zeit muss sein. Okay. Na, die Mütze hier. Die wäre doch toll. So eine hätte ich gerne. Sieht aus wie eine Schule. Oder irgendein Bürogebäude. Okay, mein Freund. Der hat einen Bolzen aus irgendeinem Grund. Na, komm. Nimm so ein. Und dann raus hier. Alles klar. Wo wollen wir hin? Schauen wir mal rein. Wir sollen immer noch hier drüben hin. Und jetzt können wir wieder einen auf Sneaky machen. Denn niemand weiß, dass wir hier sind. Will ich doch meinen. Was haben wir denn hier drüben? Oh nein, die hier. Ja klar, die sind ja auch noch am Leben. Aber die sorgen hier gerade für die perfekte Ablenkung. Nein? Nein? Okay, dann gehen wir. Der war ziemlich groß. Passt auf, was hinter euch ist, Leute. Tja. Wer ist hier wohl hinter euch? Oh nein, da sind die. Ich dachte eben gerade. Dann bleibe ich mal hier. Immer noch weiter hier lang. Ein ganz schöner Weg. Nein, 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 nein. Wieso hat der mich gesehen? Das ist so unfair. Das ist so unfair. Ganz ehrlich, das ist so unfair. Wen habe ich getötet? Silvio. Ich habe Silvio getötet. Tja. Da kommt der Nächster. Okay, ich habe ihm seine ganze Panzerung runtergeschossen. Aber er selbst ist immer noch am Leben. Genauso wie der hier. Ohne Helm. Komm schon. Der wollte seinen Ersatzhelm holen. No. Tja, Freunde. Das sieht aus wie eine Niederlage. Okay. Deckung, Deckung, Deckung. Die wollen mich umzingeln. Die ganze Truppe hier. Nein, 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 nein. Ich bin am Leben. Ich bin am Leben. Das alles wegen Silvio. Es war ein Unfall. Er ist mir direkt vor den Lauf gerannt. Langsam müssen wir weitergehen, denn ich habe gar nicht mehr so viele Filtereinheiten. Und keiner hier hat neue. Was ich sehr merkwürdig finde. Wer knurrt? Okay, wir kommen der Sache näher. Können wir hier rein? Müssen wir hier rein? Ja, hier müssen wir rein.